Wie du willst Ich hör schon wie Wie er sich Windet sich Er windet sich Was hat Honky immer gesagt Akade ist die beste Möglichkeit Nicht nachdenken zu müssen Er darf das ja auch sagen Er kann das Spiel ja auch Ne Honky kann das ja auch Er hat schon lange nicht mehr gesehen Okay Ich hoffe dir geht es gut Da oben im Norden Ich hoffe auch So dann gucken wir mal Was wir kriegen Oh der Dicke Hab ich überhaupt was gesagt Ja Ich hab's nicht gehört Ich hab nur nicht drauf reagiert Jetzt hab ich's gehört Jetzt hab ich gehört Guten Tag Guten Tag Guten Tag Guten Tag Hallo Toten Garg Ja das ist wenn du das erste Mal lädst im Spiel Ne Was ist denn die ganzen Leute Was bist denn du Du Dumpfist Dumpfist ja Jeder Also Jan Felste World Nä Alter Ab da obenevery Da Hüee Ui! Auch mit dem Teil, Alter. Ach Gott, diese... Oh, da oben. Ja. Wie viele von denen haben die denn? So viele. Au! Uhuhuhuhu! Gar nicht mal! Da hat sie! Hoppala! Hoppala! Ja, ja, du mit deinem Streit, Kenny! Seid ihr alle oben? Ich bin hier oben. Ah. Oh, oh, wow, 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 wow! Oh, jetzt bin ich da. Bitte gib mir was Anstelliges. Oh yeah. Ich hab die Großmutter. Großmutter! Warum hast du so große Ohren? Ich schütze die Fracht. Oh Gott. Ich hab schon ein Schlimmeres gesehen. Du wirst es überleben. Die Realität verforst meinem Willen. Ich finde, er muss wohl die Keyload machen. Bringt diese Fracht in Gang. Bewege die Kraft. Ich hab's noch sein Ding. Du hast es noch ein Bein. Oh! 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 Da kann ich jetzt... Ajo! Oh! Oh wo ist Widow? Weg? Oh Widow, Widow! oh Widow, ich bin jetzt persönlicher Widowheiler oder was hier? Ah, du scheiß Tracer! Verdammt! Oh mein Gott! Warnung, Zeit ist fast abgeworfen. Eskultiere die Fracht. Ist der immer noch unten drin? Hä, wer wo unten drin? Der, der, der Dings hier. Ach, da ist die Bäschen auf einmal, lol! Ah, ich hab ihn jetzt nur zweimal getroffen. Ah, shit! Das ist aber wohl ein Geschützturm. Na, das ist halt... Alter, Reinhard! Ich hab kein Wort verstanden. Sooo... Sooo... Okay, immer noch seine Hulls? Nee, ist gemein. Bäschen weg! Reinhard gegrillt! Ich tot! Hahaha, ich konnte nicht mehr springen! Ja lol, fick dich und Schild war da! Ja, aber ich hab, äh, Bäschen und Reinhard weg! Das ist wichtig! Ja! Die waren so low! Aber ich glaub, es ist nicht mehr geschafft, rauszuspringen. Das ist nicht mehr... Ich hab' den Schild! Ich hab' den Schild! Ich hab' den Schild! Komm her, du! Kleine Hexe! Aaaaah, nein! So dumm! Ey... Warum... Jeder Tod bedeutet Ehre. Ich hab' den Eisbruch nicht ins... Du hast es verloren. Ist keiner dran? Nö, natürlich nicht. Zu blöd, oder? Ah, jetzt sind sie dran! Wow! Dann bleiben! Haben wir den nächsten Spot hier, ne? Yo! Komm her, du! Komm her, du! Doomfist ist oben drauf! Oder hinter... Da ist er! Da ist hinter so ein Doomfist! Ja, war, hinter. Hinter uns war ein Doomfist. Was war das denn? Mei, oder? Ja. Ja, das ist mies mit meinem Kopfhörer im Moment, dass ich nur auf einer Seite höre. Ich höre halt nicht, wo die kommen. Oh! Nein! 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 Na, ernsthaft? Endes ne Wurde holen? Hinter uns ist Genji? Ja, ich hab die echt nicht gefunden und das ist Scheißult da oben hin, weil ich mich ertan, aber ich hasse es einfach. Mein Gott, geht doch dran, Leute. Da alleine. Ich beschütze die Unschuldigen. Ich hör Genji bis hier. Niederlage. Ich hör Genji bis hier. Die haben alle so Angst, ich versteh das einfach nicht. Gehört sich total komisch an mit dem Lego-Skin, ne? Ja. Ich hab schon ganz genau zu zeigen. Ich muss den aufwechseln. Ja. Ich wusste das am Anfang nicht. Oh, 6% des Teams schon. Oh komm, da hast du immer nen Kerl schon verdient. Ich hab ja nicht lange gespielt. Ja, aber scheinbar hat sonst kein anderer groß was zur Heilung dazu beigetragen. Zu dem Zeitpunkt, ich hab immer, ich hab mit den 2000, die ich da in der kurzen Zeit gehalten habe, Gold gehalten. Ja. Ich glaub wir hatten auch gar keine Heiler. Sonst, oder? Doch, Baptiste hatten wir kurzzeitig am Anfang. Der eine hatte Baptiste. Ich muss auch sagen, mit Vilo komme ich besser zurecht, wenn ich nicht unbedingt gerade ne Payload Map hab. Wenn du halt ne Position einnehmen musst, weißt du? Wo du immer drum herum dich schleichst. Mhm. Damit komme ich besser zurende, als wenn ich halt, ähm, die meiste Zeit irgendwo hinterher renne. Oho. Oho. Schön auf den Arsch werfen. Wobei, ne, eigentlich schlägt er ja, guck, zack, eigentlich, zack. Das machen wir alle mit. Das ist doch normal. Ey, wer macht das? Ich wusste, du würdest deine Meinung ändern. Was haben wir denn für ne Aufstellung hier? Ah, heiler, heiler, heiler. Drei, zwei, eins. Nehmen Sie Zielpunkt A ein. Okay, jetzt geht's los. Grüß. Du machst es dir einfach, ne. Einfach mal über die Mauer. So sieht's aus. Ui, da sind Kugeln. Wo ist denn der Herr? Ach, Mist. Scheiße, wenn die mir nicht da gewöhnt, hätte ich die noch gehabt. Bist du schon tot? Lol, schon? Sag dir, bist du schon tot? Ich habe euch ja möglich, dass ihr überhaupt auf dem Spot könnt. Wir sind noch nicht mal auf dem Spot. Bam! Wo gibt's die Kugeln? Oh! Da hat er mich voll mitgenommen. Wollte ich nicht aufgepasst haben. Oh Gott, ist schon wieder. Ui, wie fies. Was denn? Der Soldier. Du blöde Kuh, komm runter! Ui, hat zu mir auch einen weggegeben. Oh, jetzt habe ich sie nicht erwischt. Aber ich habe das Widow-Ding ausgelöst. Ah, die haben ein Sigma. Droni hackt sie jetzt alle weg. Hm. Hä, wie denn? Ich bin Farah, das ist dir schon klar. Äh, ich war hinter dir. Ich bin hinter dir. Ach so, aber so, es hackt sie alle weg. Ah! Die kommen von hinten. Ich habe mich für nicht geopft. Könntest aber nicht machen müssen. Nein, ich habe einfach die Tassen vertauscht. Wollte mich eigentlich mit dir durch die Tür schießen. Dann habe ich aber die andere Hütte. Näh. Die anderen sind links. Oh, da oben steht ein Sigma mit einem Best-Shirt. Vielen Dank. Oben auf der Rampe, rechts. Best-Shirt ist gleich tot. Meinst du nicht aufpasst? Ah, er hat aufgepasst. Best-Shirt ist gleich dort? Ah, der hat sich davor gestellt. Scheiße. Hast du noch gekriegt? Äh, ne, fett sagen wir mal. Best-Shirt ist halt abgehauen. Also, Metra, mach's jetzt nice. Wunderbar. Bist du nicht auf die Elbisicht? Wir leuchten es schnell einig. Ich nehme den Zielpunkt ein. Will sich jemand anschließen? Perfekt. Ich wusste gar nicht, dass ich das, äh, das, äh, Dings-Emote habe, oder Sieges-Kose habe. Oh, ich finde das geil, die hat das jetzt gegessen, ne? Ja, das hat sich schön gemacht. Das hat sich schön gemacht. Ich glaube, unser Heiler war auch nicht schlecht, ne? Hm, weiß ich nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich hab nicht so viel, also, ich hab nicht so viel Heilung gebraucht. Die Mercy hat ein bisschen an mir dran geklebt. Das hab ich gesehen. Ich weiß aber nicht, wer das war. Das war... Das war jemand anders, glaube ich. Ich war das nicht, weil ich eigentlich eher ungern an der Mercy hänge. Weil ich dieses Hinterherspringen, das ist... Das krieg ich, äh, noch krieg ich das kopfmäßig nicht hin. Das ist einfach zu schnell. Je nachdem, was du für eine, ähm, hast. Einige, äh, springen ja von rechts nach links, nach oben, nach unten, nach rechts, nach links, dann... Ja. ...nach vorne. Und du willst dann hinterher, und dann springen die irgendwo drauf, hängen dich ab, springen wieder... Dann gehst du, versuchst du noch hochzukommen, dann springt die runter. Oh. Wunderbar. Genauso muss das. Häng den Heiler ab am Hauspfosten. Was gibt's nahrhaftes? Vanillekipfel. Geil. Wir hatten in letzter Woche sogar Kuchen im Angebot. Was? Kuchen? Diese, diese kleinen Kuchen. Zwei Stück, fünf Euro. Meine Mutter ist mal eingesch... zugeschlagen. Aber die isst man da und schlägt nicht drauf. Ja, die sind in Friffa. Ich hab einmal den altdeutschen Apfelkuchen mit diesem, mit diesem, mit dem man mit Walnüssen da hat. Mhm. Den man so schön warm machen kann. Und einmal den... Erdbeer Käsekuchen. Ich hab' ich aber eingefroren gelassen. Oh. Falsch gezielt. Das liegt am Alter. Ja. Ich glaub's auch. Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Ich glaub's auch. Teleporter online. Als Seite. Aber wir haben zwei Kuchen losgeschickt. Bei Teleporter war das nicht. Der ist in seiner Gestalt da, mein. Jetzt kommt da von hinten, der Doomfist. Der ist tot. Ja, aber die anderen sind noch nicht tot. Ich hab grad die dunkle Kugel. Den Schussanlage bereit. Oh. Oh, da kommt gerade von oben der Affe. Hm. Das Affe. Oh, er geht los, sie. Juhu. Ich muss aber doch in der Halbigkeit. Jetzt kommen die Leute von allen Seiten hier. Oh, ich muss mal kurz. Oh nein. Oh. Oh, Brigitte. Nein, der springt da genau auf mich, die Dreckser. Ich kommt nicht weg. Oh, Mann. Oh, ein schöner Lauf. Okay, es geht auf den Punkt. Ich bin auf den Punkt, aber der am besten. Ich rede ja nicht von dir alleine. Ich war nicht alleine, der hat trotzdem mal weggemacht. Und das war für mich. So, wieder der ding hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wow. Ich glaube, die haben sogar zwei, oder? Nee, einen. Nee, einen. Huh. Shammelt euch bei mir. Luz über den Reglern! Wo sind die denn alle oben? Wo ist sie? Hat die wir jetzt hinten rumlaufen? Was? Wie hat die mich getroffen? Alter Schwede wie hat die mich getroffen? Ich sehe wie der Sleet dann an mir vorbeifliegt, nein ich werde gesleebt Hm Da ist die Widow One shot Alter Nee das tut doch zweimal Meine Show, meine Reden Zuck Meine Teleporter ist online Ah Schön Was war immerhin Da hinten hast du Zeit Da hinten hast du Zeit Alter in ne Tür hat die mich ges... alt was? Hanna war gerade hinten rum geschlichen Sie ist tot ja Ich bin gesleebt und erschossen Die haben zwei Weil ich habe eine gekillt Die haben auch noch zwei Baptists Hm Hm Ich drücke mal die falsche Taste Äh 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 Alter Irgendjemand steht rechts Widow Mit einem Schuss hat die mich weg gemacht Widowmaker Widowmaker hier Ja Grüßenden Dank Pull up Habt ihr die erschossen? Die haben alles gekillt Ja Eh Uh Uh He Regenerative Schupp aktiviert Feuer aus allen Rohren Jetzt fällt mich nicht mehr Der Idiot, jetzt stellt er sein Field, aber er läuft vor, er läuft aus dem Feld, ja. Ja, da ist sein Schussfeld gestärmt. Ja, dann muss er es vorne an die Ecke stellen, wenn er Durchschiff-Damage machen will. Boah, ist das unsere Bilder? Ja, siehste doch! Ah, güero! Boom, du den! Nein, kurz vor der Ult! Nein! Fuck, Mama! Schade, es lief echt sauber. Am Ende war es echt üble. Oh, wie langweilig. Hm? Wie langweilig. Ernsthaft, Lizard. Alter, ich will dich kill, heil wie blöd, sleep. Kill zwei Leute mit der Granate, sleep wieder. Aber okay. Dann gebe ich so wenigstens Silber. Oh, okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Sie haben es gemerkt. Oh! Oh! Ich hatte auch mal eine Runde, da habe ich ordentlich aufgeräumt, ne? Manchmal klappt das ja auch ganz gut. Da hat auch irgendjemand Fremdes mit meinem Namen im Chat und mit haufenweise Herzchen so vorwegen geil gemacht. War schön. Da freut man sich ja als eher Noob in dem Spiel ja auch. Ja, natürlich. Oh, Double Bastion. Triple Bastion! Sag mal, habe ich heute irgendwie... Dann mal los! Habe ich heute irgendwie das Patent auf den Dicken hier? Fett. Ich hasse es mit diesen sprechenden Blechbüchsen zu arbeiten. Ja, dann tut es mir aber leid für dich. Davon lässt er heute frei. Ganz schön drei. Ganz schön drei. Ganz schön drei. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Angriff beginnt. Transportieren Sie die Wacht zu Ihrem Ziel. Ein Krampf. Ein Krampf. Der ist hier im Haus drin. Guck mal, zwei Bastions stehen auf der Karre. Hi. Schön, euch zu sehen. Ah. Mein Biest. Dankeschön. Für deinen Raid. Hi. Zusammen. Hallöchen. Sehr liebsgewützig. Hallo. Oder guten Morgen, ne? Das war schon früh... Früh am Morgen. Wie geht's euch? Alles gut? Die Bracht hat den Chatbot erreicht. Besonders gut. Das, das war ein Fehler Brigitte. Warte. Wir haben Familie. Was? Oh, wir haben Familien. Was? Hallo? Hallo? Ach, dankeschön. Dankeschön. Was habt ihr gespielt? Erzählt mal. Ey Hör mal Was sind die denn hier alle? Warum? Alter Schwede Ey, wie man nicht rauskommt Wie die Granaten bei dir vorbeifliegen Scheiße Ah, verdammt Ah, jetzt Die kommen alle von hinten Au Ja, ich hab ziemlich Muskelkater Wir spielen heute ein bisschen länger Und es gibt Vanillekiffe Und ich zeige heute, wie es nicht geht Ne, Drowny? Ja Aber ich bin nicht der Einzige, die zeigt, wie es nicht geht Wenn ihr Drowny fluchen wollt Ich tue ja nicht Würde ich nie tun, sowas Nein Wo ist denn der Rest von uns? Gut Warum hält die Fracht? Ich war kaputt Die Macht der Zerstörung Hm, 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 hm Ah, da drüben kommt noch auf die Beine Wo bist du? Oh, Kugel-Oschi Habe ich nicht? Ja Ja, alles gut, danke Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Wo wart ihr denn alle Wo wart ihr denn alle? LOL Outlast und dann YouTube geschaut Also das habe ich mitbekommen Bin später dazu gestoßen Sorry wegen meinem Deutsch Bin schwer Ich darf schlechte Du, ich habe Schweizer Auch in meinen, ähm, in meinen, ähm, in meinen, ähm, in meinen Leuten Außerdem um die Uhrzeit kann man schlechte Schre... Schreibweise immer verzeihen Warum bist du nicht bei mir geblieben? Was denn? Spiel mir denn? Ich habe dir extra einen Boost gegeben Oh Mann Au, 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 au Geh weg, du... Oh, du fürs... Alter Oh, oh, oh Da ist ne... Oh Gott, ja, jetzt habe ich natürlich meinen Beine ja auch noch verballert Ne, also um die Uhrzeit ist das nicht so... Oh, oh, fährt der jetzt lang Oh, der hat's kaum noch leben Hatste den jetzt gerettet? Jo, hatste Oh, 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 oh mach mal was man zusammenbauen kann kann man auch zerlegen das kann ja heute nicht wahr sein hatte der macht uns so weg ja gut wir kriegen aber auch nichts um den weg zu machen oh die kommen jetzt geht das alle ab aus aus oh alter kleine hexe wenn endlich so spät wäre die vorstellungskraft ist der kern jeder das ist ein komplettes team als gegner brauny das ist wir spielen natürlich ein bisschen koordinierter wie wir um wot 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 Das ist mir so offen, Zeiger. Ja. Oh fuck. Ich hab's ernsthaft versucht, Waunee. Das erwarte ich. Ich hab's wirklich versucht. Aber... Mehr denn nicht. Ja. Ja. Ihr müsst wissen, Drowny hebt den Schnitt ziemlich stark an, wenn ich mit ihm spiele. Das heißt, ich hab andere Gegner. Du hast ne Herausforderung. Wir zocken trotzdem zusammen, ne? Hm. Hm. Auch wenn ich nicht auf deinem Platin-Niveau spiele. Ach, das ist so egal. Ach, ganz ehrlich. Hm. Hm. Ach Gott, ich... Der Herr mit den Badelatschen. Ist uns der Sieg sicher. Aber auch nur, weil du sie ihm anziehst. Ja. Hm. Ich find's... Der ist so bescheuert, das Skin, dass das schon wieder gut ist. Hm. 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 Ja. Wo ist der Rest von unserem Team? Wir sind hier zu zweit. Zu zweit. Ich bin hier oben. Okay, die haben einen Fettsack. Hm. Halten Sie die Fracht auf. Jetzt wird's Eis! Lässt du mein Baby in Frieden. Das gibt's ja wohl nicht. Ah, die versuchen hier... Du hast bestimmt da einer hochgekratzt. Alter! Die... Oh. Ist nicht wahr. Der hat sich genau zu mir geportet. Ja, klar. Ich glaub wir haben die gleichen Gegner wie eben. Das sind die gleichen. Warum kriegen wir eine ganze Gruppe? Was soll das? Weil die wahrscheinlich keine Gruppen als Gegner haben. Ja, weil sie so schlecht sind. Ich suchte halt mal jemand dran, aber... Spürt die reißende Kraft! Damit auch schon weg! Ja, ähm... Ja, du mir ich auch! Und tschüss! Schöne Goldwaffe! Jetzt haben sie erstmal keine Mähe mehr. Ja. Ja, also ehrlich. Wie, ich habe schon wieder geschützt... Ich bin schon wieder geschützt? Ach so wie beim ja. Komm jetzt Weggie! Das glaubst du doch. Ach du schon wieder. Kann man die nicht? Jawoll kann man. Was hast du denn? Ich hab die gezogen in ihrer Hült. Ja klar kannst du es hin warum man nicht. Äh unterbrechen. Ja klar. Von mir kannst du uns verstecken. Alter Schwede mit 5 HP. 8 HP. Ach. 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 Ich beschütze dich. So, krieg ich jetzt endlich mal mal ab. Alter! Das kann ja wohl nie wahr sein. Getroffen? Jo. Oh. Der Drowney springt zu erwischen, das ist schon ne Kunst. Nice. Oh oh. Wow, das ist doch irgendwo da, Kiku. Wow, das ist doch irgendwo da, Kiku. Oh. Anwesend. Du machst es noch ein Weiß. Barriere bereits. Oh, das ist doch nicht. Manche kündige Schicksal. Nein. Ach. 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 Okay. Da drin ist. Oh Gott. wie sieht es technisch aus wie ja das ist noch wenigstens jetzt jemanden um den arsch zu retten ja so viel kriegt er gar nicht jetzt na ein affe hier unten warum warum kriegt das keiner mit ich weiß es nicht komm mach mal mach was aber der fahrtritt ist nur durch konflikte möglich Das war's für heute. Wo ist sie hin? Wir brauchen dich hier als Dumi Reiner, wenn da vorne ein Schild draufkommt, einfach voll auf den Reiner Alter, gibt's doch nicht Wo? Über uns Von hinten Schieb das Ding hinweg Schieb das Ding hinweg Schieb Ey Terrapadora Joach, war gut und selber Schieb! Na, ist Schieb? Schieb! Was sind das für ein Rufi? Ist das unser? Ja Ich geh mal kurz gucken, ich glaub die gehen nach hinten Oh, dankeschön! Jo! This is why I'm here! Ganz gut, das ist doch schön zu hören! Nein! Ich bin so doof! Au! Ja, ich auch! Was hast du falsch gemacht? Ja, ich hab halt vergessen, einfach mal meine Ulf zu ziehen Oh verdammt! Ach, ich hab gar keine Lego-Dings mehr Und rein! Was machst du denn so spät noch online, Pandora? Das weiß der selber nicht Na, das dachte ich mir Das weiß Brownie selber nicht Ja, Viertel vor sieben, wollte ich grad sagen Viertel vor vier Ja Das mit diesen Bällen hab ich auch noch nicht so draußen Oh, Herr Dronos Sieht schon wieder Ich bin nur um eine Uhr aufgeschaut Warum steht man nur um eine Uhr auf? Schichtbetrieb? Oder, äh Nachtdienst? Wehtdienst? Ja, konnte nicht schlafen Konnte nicht schlafen Hat frei, Urlaub Da gibt's noch viele unendliche Möglichkeiten Ja Gesundheit Danke Wie, wir haben erst zweimal gewonnen Oh Bin sehr früh schlafen Ja, okay, gut Das ist natürlich dann klar Das klingt sehr früh schlafen Klingt so, ähm Späten Nachmittag, würde ich mal behaupten Du, wenn ich um zehn Uhr pennen gehe Bin ich auch um eins, zwei Uhr wach Du hast ja nicht richtig geladen Das sind ja grad mal vier Stunden Du, ich, doch Ich schlaf ein, weil ich müde bin Dann wach ich auf Und dann bin ich fit Aber dann könnte ich nach drei Stunden wieder pennen gehen Ich wollt's grad sagen, du kannst ja da nicht, äh, so Zwölf Stunden oder so So, so in Etappen pennen So wie im Mittelalter Das könnte ich super machen Ich bin um 18 Uhr eingepillt Ja, okay, gut, das passt ja dann Das sind ja sechs oder sieben Stunden Hallo Hallo Ja, gut Ja, gut, mit den Kugeln darfst du nicht vergessen Bei mir, also Ich hab das ja Ich hab die Maus ja Spiegel verkehrt Und mit links und rechts So, aber er zeigt's dir ja richtig rum an Das heißt, wenn ich jetzt, oder? Das drücke Ja, wenn ich die linke Taste drücke Ist halt Schaden Und wenn ich die rechte Taste drücke Ist halt Heilung Und das ist halt, das zeigt er mir halt verkehrt an Und das ist halt scheiße Scheiße 5 4 3 2 1 Angreifer nähern sich Verteidigen Sie Ziel um A Damit vorstelle Oh, Widow Obendrauf Oh, das sind sogar zwei noch obendrauf Ha, fuck, ey Was ist das denn wieder für eine Kugel? Ja gut, dann, warum, dann zeigt man sich nicht Die stehen hinter dem Ding, ne? Ja, lass sie doch kommen Ich versteh nicht, warum man sich dann zeigt Das war echt nice Aber ich steh den Arsch gerettet, ja? Mhm Ey, jetzt muss wieder einer den Arsch retten Er hat fast zu spät Alter, wieso hat der denn schon Ult? Alter Was man zusammenbauen kann, kann man auch zerlegen Brauchst gar nicht hingehen Ne, ne Ich geh nur raus hier Wo seid ihr denn? Da seid ihr Zierpunkt verloren Halten Sie die Pracht auf Lass besser das nächste Mal meine Familie sein 3 Grad zu euren Dienst Fuck Ja, Moira ist extrem stark und Moira braucht den tiefen Nerf Ich hasse sie irgendwie Beziehungsweise sie ist einfach Keine Ahnung Scheiße Oh, ich mach ihn mal lieber vom Marker Mein Geschütz Moira ist aktuell zu stark Ich hab große Pläne mit Ich hab keine Angst Uh Hier Ich kann mich doch nichts verweiten Mir stirbt keiner weg Achtung Trommelfeuer Mach den Börsi doch oben Weitere müssen Das Wetter müssen Alle Ja, das hättest du dir wohl so gewohnt. Das habt ihr euch wohl so überlegt. Okay, das hält ich nicht durch. Nein, wer hat mich da runtergeschlagen? Ah, die Brigitte Scheiße. Der ist schon wieder. Dein Ernst? Mir wird nicht gestorben. Ulissa online. Töte dir rüber. Ist da auch mal einer drin? Okay. 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 Der oberste Widow. Immer noch, ja. Nein. Ja, die konnte nicht raus drüber. Ich geh da oben. Ah, du blödes Stück, du. Mann. Wie es keiner merkt, ist so geil. Hä? Wie es keiner gemerkt hat. Wenn ich Pech habe, werde ich jetzt... Obwohl die jetzt weg, ne? Ist die weg? Du bist tot. Oh nein. Alter Schwede. Was? Na? Was? Ich hab nur gesagt, alter Schwede. Ja. Wolltest du noch mehr sagen? Ich habe den Feind lokalisiert. Ich habe den Feind lokalisiert. Ah, dieser Drecksaffe. Von vorne gegrillt, von hinten gegrillt. Ich habe den Feind lokalisiert. Ja. Das ist das. Ich habe den Feind lokalisiert. genau Ach und Killer Dankeschön für dein Follow nochmal Ich hab ganz vergessen Ist schon spät Ist schon spät Ach Gott Ich hab mal Highlight Mit Baptist Wobei letztens Hab ich glaube ich alleine gespielt War das alleine mit Sigma? Ich glaube Oder mit Lady Ich weiß es nicht Ausnahmsweise mit Sigma ein Dings gehabt Frag mich nicht wie ich es geschafft habe Die Kugeln zu treffen Wow Also die Halloween Sprays Und Stimmen hab ich bald alle Johnny? Ja Noch da Ja Gut Ja Ja Ne Die hab ich fast alle Aber die Skins Keine Chance Ja Inferno kannst du nicht zählen Weil dann konntest du frei spielen Hm Der zählt nicht Siegerposen 2 Oder sonst Halloween ja immer ne Ich glaub letztes Mal hab ich mir auch alle Skins gekauft Die ich haben wollte Weil die nicht getroppt sind Du flixt mich schon wieder zusammen Dog Da hab ich keinen Zweifel Hallo Mhm Ja jetzt ist was mit dir los Jetzt mit Battle Mercy hier Ja mach mal Battle Mercy Ich flieg dich wieder zusammen Geil Triple Brigade Nice Echt? Jawoll Äh 300 Brigade Ja 3 Mädels Die sind auch nur hübsch Ein Schild im Charter Mein Schild im Charter Mein Schild im Charter Mein Schild im Charter Mein Schild im Charter Geil kein Schild im Charter Guck mal diese Schild Danke Oh Oh Wow Oh danke Autsch Hör mal dafür haben die Drei Dupfist oder was Zwei Alter Ich hab'n Dupfist Egal ich hab'n Dupfist Ich hab'n Dupfist Ja dann drückt doch mal auf bei den beiden da vorne Ging ja nicht Ging ja nicht Ich kapiere aber wohl nicht wo das Problem war Wir haben Drei Brigitte Warum ist denn jemand vor? So der ist auf jeden Fall schon mal hacked Oh Gott 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 Ich muss auch bei den Pecs Verkürt Ich Das ist das jetzt schon wieder oben drauf Ich Verdeckt worden ja ein spiel ich bin hinter der wand es ist so dumm es ist so dumm du siehst es sogar du siehst ich hab's mal gesehen herrlich nicht manchmal ne aber es ist echt nicht was davon halten soll gar nix kann man davon halten das ist das siehst du nicht weil ich treffe die anderen so jetzt hab ich einfach mal die mauer dahin gesetzt alles gut ist ja okay schönes ist ja zeit du schon wieder hat die mich leer gezogen geht nur auf mich gewartet im universum ist es egal ob es mir die sämme gibt oder nicht meine ultimative Fähigkeit ist bereit ich hab mein schild total beschissen gesetzt ich hab mein schild total beschissen gesetzt ich treff dieses verdammte schild nicht ich bin zu doof für dieses schild ich bin absolut zu doof für diesen charakter ich küsse das mit dem schildlichen ich hab das geübt im trainingsbereich ich krieg das nicht hin so eine bist du also ja ich hab das echt geübt ne aber das ist immer was anderes ob du ich meine die NPCs wieder rumrennen ne hier hat Link ja das Linki-Bot besungen I tried so hard to get so far boah aber viel zu hoch viel zu hoch wuuu 5 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 alter schwede schade ich hätte fast die fahrer in luft gekillt weißt du wenn man eine coole mercy hätte würde ja einfach mal open field gehen und rapsen oh nein ach ja ich hab du bist oben drüber gestorben ich bin ich bin auf deiner höhe gestorben nur außerhalb des gebäudes links ich hasse diesen hero nein ja das ist jetzt sinnlos gewesen vor allem da ist eine pärchen die ballert mich einfach weg ja aber die hat hier das schild hingestellt aber wir müssen hier raus aus dem gang es reicht gar nichts was wir gerade machen auch mit der einander weg auch ok ich habe nur rechne Das ist so eine Widow? Ich lebe den Punkt ein. Du bist tot. Ich werde das Ziel einnehmen, aber dafür benötige ich nur für Zürzung. Warte mal zu, du Kugel. Der Wolf nimmt Pferde auf. Was machst du denn da hinten? Ah, ich bin alleine auf dem Space, ne? Hallo. Der Kampf ist doch nicht vorbei. Noch nicht genug. Teleporter online. Das wird unsere Effizienz steigern. Warte auf Menschen, die fliegen möchten. Das ist nicht so. Ich bin alleine auf der Heilung. Ja, da muss... Freibliches Geschütz voraus. Ich werde mich erkenntlich zeigen. Ich werde mich am Ende für den Weg kommen. Das ist nicht so eine Rechte. Die Feindung sind ja. Auf geht's. Ich werde mich zuerst anfangen. Ich binanstürdig auf. Ich werde mich zuerst anfangen. Ich werde mich zuerst anfangen. Ich werde mich zuerst anfangen. Ah, Broly, wir stehen hier irgendwie schlecht. Jo. Er war weggeschubst. Ja, das wollte ich auch machen. Hast du auch einen Fettsack? Nee, ich los jo. Aber irgendwie seid ihr immer in den Gang rein und habt die da abgefangen. Aber ich habe gedacht, wenigstens einer mal auf dem Platz bleiben und die runterschießen, wenn sie kommen. Aber schön war, wie du da in der Ecke standest und ich einfach mal drei Meter nach vorne gegangen bin, um mal mit meinem Kreis an dich ranzukommen. Ist doch geil, oder? Ja. Hui. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Runde, drei. Nehmen Sie den Zielpunkt ein. Ja, das Bällchen ist auch so ein... Komm, Alter, Dicker! Hier steht ein Geschütz da oben. Ach, Mist. Hier hätte ich nochmal rüberrollen müssen. Das habe ich nicht geschafft. Ich schütze die Unschuldigen. Ich schütze die Unschuldigen. Sie haben einen Geschütz am Start. Ich schütze die Unschuldigen. Schön, GNG. Geht. Ja, doppel Llorisa. Jetzt wird es auch loszüglich. Oh, wow, 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 wow. Oh, haben wir einen Heiler? Soul Show und eine Moria. Oh, Moria. Okay. Juhu. Erstmal runterstürzen lassen. Haben die jetzt beide Orisas weggemacht? Scheint die Schau rauszulassen. Oh, hinter die Säule habe ich das Ding geschossen. Das machst du auch. Ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall erstmal heilen. Oh, ich will den hier auch nicht. Die erwischt den immer noch stückchenweise. Wir müssen irgendwie Bastion da wegkriegen. Oh, genau das hat er länger. Nice. Oh, genau in dem Moment bin ich runtergefallen. Scheiße. Gott, hier wieder früh. Stör, stör, stör. Ist das, ist das, ist das? Ist das, ist das? Ui. Ist das, ist das? Ah, wir nehmen gerade einen. Ich bin das, ist das. Oh, ich bin das. Ja. Das ist mein Wille. Feindliches Geschütz aus dem Verkehr gezogen. Ich lasse mir einige Korrekturen. Lass mich. Das ist jetzt an. Was ist es? Vorsicht. Was ist das für eine Melodie? Feindliches Schütz aus der Barriere-Zone. Du scheinst Tempel zu benötigen. Die Barriere steht vor dem Zusammenbruch. Wo Schütz im Einsatzbereich. Feindlich ist neu bei den Tieren. Feindlich ist die Barriere-Zone. Sterblich verlässt sie. Ich hab Sigmar. Oh, 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 wo ist der? Ah nein, die Tracer hat mich vor der Hinten. Oh, Scheiße. Oh, jetzt ist es aber wirklich eins gegen eins, wahr? Schusser hat mich vor der Hinten. We пойд� furn Roll 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 Cort. hab sie einfach mal ins Gesicht geschossen ja so muss das war nur noch zuviel kann sein also wir sind jetzt auch noch zu dritt ja wir haben zuviel gespielt aber wenn nur noch 4 auf dem Dings waren dann waren wir nur noch zuviel am Ende würde ich meinen die haben wahrscheinlich nicht mehr gedacht dass das noch was wird oh guck mal mit Sigma ja weil ich den zuletzt hatte